Wir stehen hier heute am Mannheimer Viktoria-Tour mit unserem AC 7.450 zum Einheben einer Kälteanlage aufs Dach. Der Kran wird heute mit der Konfiguration aufgebaut von 100 Tonnen Ballast, 81 Meter Wippspitze, mit Superlift und mit 47,3 Meter Auslegerlängung. Wir haben nachher eine Hakenhöhe von ca. 125 Metern bei einem Gewicht von 2 Tonnen und einer Ausladung von ca. 70 Metern. Das Gerät ist in seiner Klasse einzigartig, mit seiner Kompaktheit, mit seinen kurzen Abmessungen, mit 7 Achsen, der super kompakten Stützbasis. Es ermöglicht uns Jobs, wo andere Geräte einfach zu groß sind und wir mit der Kompaktheit der Maschine wunderbar arbeiten können. Da gibt es nichts Vergleichbares auf dem Markt zu kaufen. Selbst der Wettbewerber von Cardano kriegt da nichts zustande. Für uns war das extrem wichtig, dass wir den Servicetechniker da hatten, weil es uns einfach uns und auch unseren Fahrern ein gutes Gefühl gibt, gerade bei nicht alltäglichen Jobs einfach nochmal Rat und Tat dazu haben und dann nochmal die Kompetenz von Cardano zu sehen und zu nutzen. Wenn der Kunde uns ruft, sind wir da, egal wann. Tatsächlich ist es das erste Mal, dass wir an diesem Kran die 81 Meter Wippe montiert haben und das Ganze auch noch hier mitten im Herzen von Mannheim ist für uns auch was ganz Besonderes, was ganz Tolles. Wir brauchen zuverlässige Maschinen. Wir haben tagtägliche Einsätze. Alles was Ausfälle bedeutet an Maschinen bedeutet Geld, Zeit und das haben wir nicht. Und deswegen brauchen wir eine Maschine, die einfach im Tagesgeschäft zuverlässig permanent funktioniert. Dazu brauchen wir guten Service und das bekommen wir im Ausfälle da auch noch. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020